Da gibt es leider nicht nur einen Fall von, da gab es eine ganze Serie von Fällen im letzten Jahr. Da hat sich sogar eine Art Podcast im Underground etabliert, wo halt eine Weile lang Leute live zugeschaut haben, wie Smart Homes gehackt wurden und dann halt die Kinder oder die Erwachsenen per Alarm, der im Haus losging, verunsichert wurden und dann halt beleidigt oder alles Mögliche wurden über die Sprachansagen, also in dem Fall des Kindes zum Beispiel wurde dem kleinen Mädchen erzählt, also die Kamera war im Schlafzimmer vom kleinen Mädchen, dass der Sonntag Klaus mit ihr sprechen würde gerade und ob sie nicht Freunde sein wollen, was ich persönlich sehr beängstigend finde. Das ist schon, ja, wie sagt man, next level creepy. Also das ist schon echt nicht von schlechten Eltern. Wie ist das denn generell bei diesen Sprachassistenten? Da habe ich ja ständig eigentlich ein Mikrofon, das auf Empfang ist. Kann ich da irgendwie dem entgegenwirken, ohne das Gerät jetzt sofort nehmen und wegschmeißen zu müssen? Da sollte man zwei Sachen auf jeden Fall tun. Zum einen sollte man sich einmal hinsetzen und überlegen, welche Geräte habe ich, die haben, die ein Mikrofon haben und wo kann ich das nachlesen, was sie aufgezeichnet haben. Bestes Beispiel wäre zum Beispiel bei vielen von den großen Plattformen wie bei Google gibt es ein Dashboard, wo man sich einloggen kann und sehen kann, was sind meine Aufzeichnungen, was wurde von mir an Sprachnachrichten aufgezeichnet. Das gibt es dann für Amazon und andere Anbieter, gibt es das dann auch? Genau, da sollte man sich einloggen, das einmal durchgucken, eventuell löschen die Sachen, wenn man sie da nicht haben möchte. Im zweiten Schritt sollte man sich überlegen, möchte ich das dauerhaft laufen haben oder möchte ich mein Gerät so konfigurieren, dass es nur auf speziellen Knopfdruck oder auf speziellen Befehl angeht und sich danach wieder ausschaltet dauerhaft. Bei vielen Geräten kann man einstellen, dass zum Beispiel eine rote Lampe leuchtet, wenn das Mikrofon an ist und sonst immer aus ist. Das ist kein kompletter Schutz, aber schon mal ein sehr guter Schritt. Okay, und wie sieht das aus, wenn ich jetzt so einen Sprachassistenten habe? Der überprüft ja nicht immer unbedingt, wer da jetzt tatsächlich gerade einen Befehl gibt. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich ein bisschen besser abzusichern oder ist das auch eine Sache, mit der man dann einfach leben muss, dass das Kind unter Umständen dann vielleicht Bestellungen bei Amazon oder so auslösen kann? Es gibt die Möglichkeit, Sprachassistenten auch auf einzelne Sprachen zu justieren, sodass sie nur dann angesprochen werden, wenn ich spreche und nicht, wenn meine Partnerin spricht oder mein Kind oder mein Besucher. Oder der Podcast oder das Radio. Genau, die TV-Werbung. Oder irgendeine Fernsehserie. Solche Konfigurationsmöglichkeiten gibt es, auch den Startcode, also kann variiert werden, sodass ich einen Begriff auswähle, den nur ich kenne, sodass niemand anders sagt, ein Amazon Alexa, starte ich mit Alexa. Das kann ich natürlich ändern, sodass der Begriff Alexa unbedeutend ist für den Home Assistant. Okay, und das ist eine Maßnahme, die jeder ergreifen sollte? Oder ist das so ein Ding, so, ja, ist nice to have, aber ist jetzt nicht unbedingt verpflichtend? Oder muss das wieder jeder für sich selbst wissen? Es ist schon zu empfehlen, denn es kann passieren, klar, wenn ich jetzt natürlich Freunde bei mir zu Gast habe, die einfach meinen Sprachassistent aktivieren können, die können natürlich dann mit einfachen Kommandos im Internet einkaufen gehen, auf meine Rechnung. Und dann 20 Paletten Klopapier bestellen oder so? Zum Beispiel, ist vielleicht nur als Scherz gemeint, verursacht aber doch Kosten. Mhm, okay. Ja, okay. Okay. Man, okay.